Montagmorgen, 11 Uhr. Seit 20 Minuten bin ich auf dem Weg. Tagesziel der Ravensberg. Da wo die Puzzle herkommen. Ravensberger Spiele. Die Sonne scheint. Ich gehe ohne Mütze, ohne Jacke. Aber alles dabei. Selbst eine Tasse ist dabei. Fließendes Wasser. Heute mit Tasse. Heute mit Tasse. Weiter geht's. Ja, Lebensgefahr. Lebensgefahr. Bergauf. Die Sonne scheint. Es sind noch nicht mal 12. Weser. Elbe. Wasserscheide. Hohe Tür. Ist okay, ist okay. Na ja. DLRG Häuschen wie immer unbesetzt. Fließend Wasser. Nicht schon wieder Pause. Da, 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 da. Da hinten ist der Ravensberg. Da wollte ich eigentlich hin. Wahrscheinlich habe ich eine falsche Abbiegung genommen. Oder was? Sehr geil. Jetzt muss ich wieder durch das komplette Tal. Wenn das da der Ravensberg ist, bin ich auf dem falschen Berg. Der Ravensberg liegt hinter mir. Also irgendwo völlig falsch abgebogen. Wo ich jetzt hier bin, war ich, glaube ich, schon mal. Von der anderen Seite. Irgendwo dahinten. Irgendwo dahinten. Da. Ich bin mir nicht sicher. Schilder. Ist auch seit Metern. Seit Metern. Kein Schild. Nix. Eigentlich wollte ich da hin. Irgendwie ist hier überall Aussicht. Lässt sich nicht. Ne, wo du hinguckst, kannst du gucken. Ist Aussicht. Aber Schilder, Fehlanzeige. Ja, aber hier war ich doch noch nicht. Hier war ich noch nie. Ne. Also, hier war ich noch nicht. Hier nicht. Die Hasensteinhütte. Ich sag doch, hier war ich schon mal. Aber hier gibt es gutes Sitzholz. Ich war einmal auf der falschen Seite des Flusses. Wo ich noch so dachte, na. Aber hier ist auch schön. Das war eigentlich auch immer das Gleiche hier, ne. Immer das Gleiche. Hier war ich auch schon mal. Und hier ist jetzt Mittag. 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 So genug gefuttert. Weiter geht's. Der Rolf-Liesmann-Weg ist gesperrt. Übrigens, der Rolf-Liesmann-Weg ist gesperrt. Ein Lärm hier. Tagesziel. Ravensberg nicht erreicht. Hör! Hör! Hör!